Wir kommen wieder in den 10.001. Das ist hier eine Tenorsuite. Hier haben wir noch eine sederbare Toilette. Hier kommt man in den Habelkettisch. Ein Schlafzimmer mit Hängematte. Ein riesen Flitzkrieg. Ein gebilder Kleiderschrank. Und hier nochmal eine große Dusche. Zwei Hausspäden. Und nochmal eine Toilette. Das ist echt ganz, ganz toll. Ich bin der Hubert. Ich hoffe, es gefällt euch die Videos. Würde mich freuen, wenn ihr unten auf Gefällt mir drückt. Dann seht ihr auch alle weiteren Videos. Ich habe schon über 80 Kreuzfahrten hinter mir. Sehr viele Rio-Hotels, Robinson-Clubs. Das findet ihr alles auf unserem Kanal. Bis dann. Tschüss.